Hallo meine Lieben, Zockfreude, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich freue mich euch, wie jedes Mal hier, euch zurückbegrüssen zu dürfen. Wir stehen vor der Grotte des zerbrochenen Ruders und müssen nun diesen verlogenen Typen Jarera, wie der auch heißen mag, zur Strecke bringen. Der hat uns hintergangen, dieser miese Hund. Ach, das war ja viel. Ja gut, das war auch viel. War alles viel. Was zum Teufel? Was? Bäm! Hu! Hut ab! Ich nehme den Hut ab und er nimmt gleich den Kopf ab. Was ist denn das für einer da? Ja, das wollte ich nochmal demonstrieren. Ob das geht. Also demonstrieren. Jetzt glaube ich, das falsche Wort ausprobieren. Okay. Jo, genau in den Heads. Du hättest das Bez nochmal lassen. Was hast du denn nun davon? Okay. Brücke runter. Und rüber da. Okay, hier. Bäm! Ein ganzes Gold. Zwei ganze Goldstücke. Die sind ja reich. Haben wohl auch nichts von der Beute abbekommen. Naja. Wir lassen uns nicht bescheissen. Wir holen uns ein Anteil. Er wird bereuen, dass er es überhaupt versucht hat, uns zu bescheissen. Das hat keine Zukunft. Ich sag's dir. Geh besser rauf und gib mir die Kohle. Oder was auch immer du abbeutet hast. Die Zeit, die du noch zu leben hast, ist am Ablaufen. Bäm! Woh! Ja, hättest du mir mal besser meinen Anteil gegeben, dann wird es dir jetzt sicher besser aussehen. Ja, was war das? Ähm, wieso soll ich mich vor dir nicht verstecken können? Ähm, Moment, Moment! Okay! Woah! Okay! Woah! 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 Was hat denn der getrunken? Euer Kopf gehört mir! Ja! Ihr habt schon verloren! Zaubertränke! Okay! Okay! Wie du meinst! Woah! Lass mich raus! Was braucht ihr? Was braucht ihr? Das ist doch ne Scheiße! What the fuck! Ihr braucht etwas? Ähm, ja mein Leben! Ihr habt es mir gewaltsam entwendet und ich mache es zurück! Okay! Nein! Nein! Kacke! Ich wollte die scheiss Brücke hochlassen! Bevor die Penner kommen! Was ist denn der Zaubertrank? Der Zaubertrank? Okay! Okay... WTF?! Puh! Ah, die kommen! Die Pennen! Okay, ich verpisse mich wohl lieber. Raus hier! Raus hier! Wow! Huhu! Okay... Puh! Mit denen ist wohl nichts zu spassen. Drachenbrücke, Eishautiefen. Lied des Nörglers. Okay... Winterfeste. Palast der Könige. Dämmersten. Haben wir alles noch nicht. Okay... Ich glaube, ich gehe mal nach... Wo sind denn hier Feinde? Wo sind denn hier Feinde? Ja... Okay... Bitte, wie der wills! Wenn du unbedingt down gehen willst... Er steht ja nicht im Weg. Ausdauer... Ich denke, Gesundheit... Die brauche ich wohl. Sehr dringend. Änderung. Schmiedekunst. Schwere Rüstung. Blocken. Zwei Hände. Ich mache mal das hier. Okay, kann ich nun schnell reisen. Nachdem... Nachdem ich da diesen... Kackfisch... Abgemurkst habe. Ich habe ja... Inzwischen schon ziemlich krass geholt. Ich kann dann mal zum Schmied gehen und... Da... Ein bisschen... Was lernen. Aha! Auf wann hiebt er einen richtigen Weg? Okay... Hey... Tonilia! Willkommen unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ich halte Delvin den Rücken frei. Ja? Ähm... Was habt ihr zu verkaufen? Ah... Etwas hiervon... Etwas davon. Okay... Dann habe ich hier Bekleidung. Diese... Magierrobe. Ich habe... Juwelenhauskette... Amethystring... Granatringe... Granatringe... Dann hätte ich hier bei Waffen... Den Helfentor... Ich möchte noch einlagern. Die Sachen hier auch. Sonstiges... Ich habe noch einen Amethyst... Große Granatsteine... Ich habe noch einen Amethyst... Ich habe noch einen Amethyst... Ohne... Ich habe noch einen Amethyst...